Da. Bisschen näher? Sieht man die Kettenbücke? Da. Und ich muss mal ein bisschen so... Okay. Und dann gehst du vielleicht da nicht dahin. Ja. Sagst du das? Nee. Was soll ich denn sagen? Ja. Okay. Wir hatten euch ja schon ein nächstes Video versprochen. Und jetzt sind wir in... Budapest. Budapest. Nein, so. So. Sind wir in... Bisschen Pause. Budapest. So. So. Okay, warte. Okay. Okay. Wir hatten euch ja schon das nächste Video versprochen. Und jetzt sind wir in... Budapest. Vielleicht Budapest und dann erst reden. Sorry. Wir hatten euch ja schon das nächste Video versprochen. Und jetzt sind wir in... Budapest. Budapest. Oh Gott. Nee, nochmal. Danke. Warte. Noch nicht? Jetzt aber ordentlich. Also Budapest. Und dann? Und dann? Erst noch sagen. Wir hatten euch ja das nächste Video versprochen. Und jetzt sind wir in... Budapest. Mal. Jungen aus. Juni aus. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.